Ich bin das, ich bin das. Ey! Wir sinds nicht, wir sinds nicht, Katze. Wir müssen den Mats ja unten stehen lassen. Ja. Ey, es ist ja schon los. Oh ja, nur Mühe. Ich hab was gehört, wir lassen ihn stehen. Wir haben direkt am Greenskill rumgespawnt. Ja. Da lassen sie sich nicht battlen. Ich bin hier oben auf dem LKW. Wie siehst denn du aus? Ne, was war denn, das sah aus wie eine Ente oder sowas. Ja. Setz das mal bitte auf. Okay. Geil. Was ist denn das? Hier bin ich. Ja, sieht gut aus. Großrohrnaste. Kann ichs auflassen? Ja, sicher. Über dem Busen der Natur. Ich hab kurz mein Magazin, ne? Wie im Gebüsch. So. Ja. Da bin ich nur eins mit. Achso. Entsperren ohne Zäune. Äh, Dings. Erziehen, ne? Da muss ich auch Armin zu tun. Oh, ich hab ne Mail-Funktion. Mann. Alter. Ich hab ne Fail-Funktion. Machst du das? Ist der die Hütte? Wer ist denn in die Hütte geraten? Ich, ich. L und dann Schiff T. Ja. Röchst. Oh, ist Geff von rechts? Ja. Ja, der ist oben. Biestschubfarm. Wacken. Und dann Zaun quasi. Und dann wird, äh... Der kommt hoch. Der, ich bin oben. Nee, der ist Geff kommt hoch. Zu dir. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, ich hab da irgendwas abgeschlossen. Du, was? Nee. Ich geh zu dem hinten Stash hier, ähm, in der Pipeline. Ich bin das, ich bin das. Ey. Wir sinds nicht, wir sinds nicht, Katze. Okay, ihr wart's nicht. Brauchst du Hilfe? Nö, wer war's dann? Blöder Skeff, Alter. Der sah aber aus wie einer von euch. Einer von uns. Ich bin einer von uns. Wir müssen alle so ne Maske aufziehen, glaub ich. Wer kommt anker ran? Ich komm anker ran. Gut. Mach die Tür hinten zu. Jo. Ich geh hinterm blauen Zaun. Ja. Aber er hat geguckt und hat sich auf alle Fälle erstmal meine Worte durch den Kopf gehen lassen. Bevor er anfing mit der wilden Ballerei. Hast du hier schon gelootet, Benji? Nee, 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 nee. War schon nicht dein. Ich bin das. Das ist das Asyndrius. Das ist ja das Gäff bestimmt. Ach, Fleischwetter. Kaiser, herzlich willkommen. Grüß dich. Wundervoller. Er hat gesehen, dass du es bist. Ja, wir kommen zum blauen Zaun, Matze. Ich häng dir am Gebüsch. Er hat gesehen, dass du es bist. Nein, Spender. Ach, herrlich. Genau mein Humor. Gefällt mir. Sehr gut. Sehr gut. Ach, Mann. Wir sind hinterm Tank? Ja. Ja. Ich weiß. Wir sind hinterm Tank. Also du bist nicht allein, sollte ich sagen. Ach so. Ja. Das bin ich nie. Der muss auch mal vom Oberen. Deswegen. Okay. Ja, der ist garantiert zwischen zu Checkpointen gelatscht. Na? Geben wir erstmal Zweier? Ja, liegt auf dem Weg. Ja, na klar. Ich frage ja nur. Verstehe die Frage schon wieder nicht. Muss doch da als Einziger rein, oder? Na ja, Klaus auch. So. Klaus muss ja runter ins 114. Das war Treppe hoch und äh... Nee, ist unten im Erdgeschoss. Oh. Und du musst aber hoch. Gleich. Und dann ist er direkt links hoch. Ja. Die erste Tür. Ohhhh. Ich glaube, da haben die was gefixt hier. Ich komm da auch nicht mehr rein. Ich geh jetzt hoch. Also ich bin letztens gut reingekommen. Ja, bin ich zu schwer. Oh, hier oben ist auf. Krieg jetzt. Von wo? Von wo? Bist du tot, Klaus? Nee. Von wo? Ach, von wo hast du jetzt? Von Dreierdorms Treppe. Dachte ich auch, ja. Okay. Jetzt bin ich an der Tepp. Aber spring doch mal, du Idiot. Ne, ich bin drin. Komm nicht rein. Das wilde Geballer. Bist du das laut? Naja, das bin ich. Oh. Kommt rein, Jan. Ja, aber hinten an der Mauer ist noch einer. Zum Glück habe ich dich nicht getroffen. Doch. Oh, du hast das auch gesprintet. Ich muss mich aber hier hinlegen irgendwie. Na, Klaus hat vorhin gerade gegessen gut. Da hat er etwas zugenommen. Geht's hier vorne rum rein. Nur noch 33 Gesundheit. Uiuiui. Flick dich erst mal. Ach. Ich habe mich auf alle schwatt. Außer linker Arm und Brustkorb. Da ist noch ein bisschen. Die Weisheit des Darkes. Ja. Du Mats, ich bin auch im Dorns, ne? Ich bin auch unten drin, also im. Okay. In dem anderen, von der anderen Seite, weißt du? Ich das jetzt auf dem Ballast. Ach hinten? Also Benji an der Mauer war einer, ne? Rennt wer von euch? Ne. Nein. Ich kann gar nicht rennen. Schließt, gell? Komm, ich stehe jetzt an die andere Seite vom Zaun. Ja. Geht nur über den Hof oder hinten durchs Badfenster, oder? Ich schließe die gleiche Haube. Ich muss da noch rein. Ja, komm doch da gar nicht rein. Oder? Da ist doch diese Trennwand dazwischen. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Wo warst du? War ja klar. Wo war das? Unter der Leiter. Ich bin halt von links geschossen. Ich kam halt nicht mehr raus. Vom Trailerpark da. Ja, genau. Was? Vom Busbahnhof? Vom Busbahnhof, ja. Okay. Es sind zwei. Klaus, du läufst? Nein, ich bin's nicht. Okay. Bleib, wo du bist. Ja, ja. Ich liege hier im Gebüsch. Hauptsache, laufe mir vorbei. Gut. Ach, die sind drin und looten Benji. Die hat die Tür zugemacht. Aber hier draußen ist glaube ich auch noch irgendwo einer. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Er ist hart gehittet. Keine Granate, aber ich glaube, die könnte ich eh nicht durchschmeißen. Ja, klingt nicht gut, nee. Reierdorben ist oben, die Treppe ist einer runtergekommen. Ich weiß nicht, ob ich hinter mir Waffenklappern gehört habe. Er fliegt sich zusammen, ich kann nichts machen, nee. Hier kommt was hingerannt. Minus. Okay. Draußen ist Minus. Sehr gut. Der hat gerade die Tür aufgemacht, hier bei dir. Keine Granate mit, Mann. Hast du eine Granate, Klaus? Nee, oder? Nee. Scheiße. Scheiße, ich muss mich eigentlich noch flicken, ey. Ich bin... Benji, hast du eine Granate mit? Ich bin sicher, ich denke nicht. Hast du dann einen Blick drauf oder ist er in welchem Raum? Nee. Hast du was gesprungen hier? Ich glaube, dass... Wenn du reinkommst, dann auf der linken Seite in irgendeinem Raum. Ich glaube, ich hab ihn. Du hast ihn? Ja. Sauber. Der hat einen Pilgrim auf gehabt, ne? Okay. Da hab ich die Fresse weggeschossen. Benji, wir haben dich gerecht. Danke. Sehr möglich. Ich couch hier draußen. Danke, Bleispender. Boah, ich brauch was zu fressen, ey. Ich hab was mit, Klaus. Oder? Hab ich müssen? Ich hab was, ich hab was. Ich hab was. Was du trinken muss ich, was du trinken muss ich haben. Hab ich auch. 15. Ich bring's dir... Ich bring's dir raus. Nee, warte, warte, warte. Ich komm zu dir. Nee, ich will den Loot da drin. Ja, kannst du gleich machen. Achso, dann komm rein. Ich komm erst zu dir. Warte, ich muss eben... Komm hinter durchs Badefenster. Nee, nee, ich lauf vorne durch. Ich kann nicht springen irgendwie. Achso, okay. Ich komm da irgendwie nicht rein. Wird angestellt irgendwie. Ich komm jetzt rein. Okay. Ich bin hier. Ich komm ins Bad. Du brauchst trinken, essen? Nee, nur trinken. Okay, es ist nicht mehr viel. Wir müssen uns da ein bisschen sputen. Ich guck mal hinten raus. Was hast du gesagt, Bart? Hier ist einer. Bist du tot, oder? Alter, ich bin das. Warte, stopp. Nicht schießen. Okay. Ey, da war noch einer drin. Alter, leck mich am Arsch. Ich hab nur einen gesehen. Ja, das war ich. Dann den du gesehen hast wahrscheinlich. Ey, hab ich keinen Splint? Doch, Alter. Glück gehabt. Den hast du schön zurecht gemacht. Ja. Kann man anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Den hast du seine Tor vermiest. Aber richtig. Der hängt ja da drin, weiß. Und hat keinen Mucks. So was wollen wir sehen, Bleispender. Genau. Ich bin das. Aber ich hätte sagen sollen. Ich bin das. Ich bin das. Er hat bestimmt aufgehört. Oh, oh, oh. Die Haltung geht zur Neike. Ja. Gerade noch ein Schmunzeln innerlich gehabt. Wie Benji sich draußen auf der Treppe bequem gemacht hat. Das bist du doch, Benji, oder? Ne. Ne, ich liege. Oder? Unterhalb der Metalltreppe liege ich. Ja. Aber draußen. Ich komm zu dir. Ja, ja. Das hast du schon dein Ding abgeholt? Ja, ja. Gut. Oh, ich muss doch noch mal rein. Ich kurz so ab. Ja, ja. Wenn er was zu trinken hat, darf ich mir nehmen, ne? Ja. Oder musst du noch? Musst du, äh. Nö, nö. Ich, also. Oh, Salema. Keine. Das kommt wie gerufen. Was? Oh, ja. Oh, braucht du noch einer Seife? Engis Magen? Ne. Ich auch. Das kannst du mir. Trinkt er nicht. Hier, der hat noch ein CMS für dich, Matze. Okay. Wenn die, die du jetzt mitbringst, kannst du mir nicht droppen dann. Du kannst die AKM nehmen, Klaus, wenn du möchtest. Ne. Äh, ne. Äh, ne. Oder, ne, ne. Ich hab ne nagelneue bei mir im Stash. Okay. Also der hat nix gesaufen, der Typ hier. Also ich hab noch 13 und 12, also rauskommen sollte ich noch. Okay. Will ich da noch einer? Oh, das brauch ich. Oh, der hat ne schöne MDR. Oh. Mit Schally. Level 27. Oh. Mit dem Pilgrim, der Typ. Oh, sehr gut. Kommt wie gerufen. Oh, oh, oh. Der verblockt das Herz. Pass auf, das uns dann schon fleißig vom Dreihotoms erstießt. Hm, denk dran, wir müssen noch ins Dreihotoms rüber. Ne, das schaff ich nicht mehr. Ich muss jetzt raus. Dann renn raus, Klaus. Du musst weg. Gut, dann mach ich das allein. Was musst du da nebenan noch machen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich muss erstmal klippen, scheiße. Ich hab doch... Hab ich die Granate mit reingebracht? Ich Idiot, ich hab ne Granate gehabt. Oh, selben dumm. Hm. Kannste gar keinem erzählen. Passt mir. Ich mach die Tür wieder zu, ne? Ich bin weg. Ja, viel Erfolg, Klaus. Ich renne eben zum Boot, wenn's da ist. Sag Bescheid, dann renne ich dann auch zum Boot. Okay. Was wieg ich? Oh, 46 Kilo. Oh, Anna, das ist kacke, Mann. Oh, Boot ist da, ist ja nicht weit. Ja, ich muss noch ein Dreierdorms. Also, äh, hinten Zweierdorms an der Leiter, an der Wand hinten an der Betonwand. Ja. Da müsste noch ein Toter liegen. Na, ich bin voll. Seh ich grad. Ach, hast du einen erschossen? Ja, ja. Cool. Und den vorne bei dir da, den Typen. Da müsste noch einer liegen. 220. Welche Seite ist das, Manners? 220 ist ML. Hm. ML, okay. Ja. Links, okay. Danke, Beispender. Danke, Leute. Oh, ich weiß doch gar nicht, oh, ich hab so viel Zeug. Ich weiß doch gar nicht, wohin damit. Jetzt muss ich dann mal was verkaufen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist doch schon ein Flormarkt. Du kannst doch richtig gut verbimmeln. Ja. Naja, aber das dauert mir halt zu lang. Das ist es halt. Wenn du was verkauft kriegst, wird das Dash auch nicht leer, weißt du? Die sitzen ewig auf deinem Preis. Dann musst du mal Dumping-Prize machen. Mach ich doch. Kommt einer, der dumpt noch mehr. Was? Das sind alles Dumber. Schöne Runde. Richtig schön. Geil. Die vorherigen drei Runden alles wieder vergessen. Geiler Rät. Ja, Bleispender. War richtig gut. wide. Wie läuft der Dumpf. Wir sehen uns beim nächsten Mal.